Ja genau, da tut ja sonst keiner, sagt man ja so schön, ne? Ich glaube, er stirbt zuletzt oder lieber Land. Aber er stirbt. Aber er stirbt, genau. Da ist aber viel explodiert, eben, ne? Ja, das war echt Respekt an die Zombies an der Stelle. Oder Respekt vor Zombies, kann man jetzt auch sehen, ne? Die Zombies haben ja aber ganz schön Bäume zerlegt, wa? Ja, ich war auch ein Ballern. Und wenn man fällt mitten in irgendeiner Sicht so ein Baum rein, dann denke ich auch so, so, äh, wie kommt denn der jetzt her? Ich glaube, sie das geplant hätten. Ja, ja, ich fand es oder so, der Angriff war, äh, was, was explosionsfähig, also mehr Fernangreifer und Explosionsangreifer waren mehr dabei als sonst. Also, ich glaube wirklich, dass der, die KI schon darauf reagiert hat, dass wir die Verteidigung umgestellt haben mit den Spikes vor der Mauer. Aber wir sind ja jetzt noch mehr Spieler. Ja, das kommt noch dazu, richtig. Wer hat ja schon wieder... Ich glaube, die Mauer war wieder heile, ne? Mauer hast du, glaube ich, inzwischen komplett gemacht, ja. Also, ich habe gehört, wir spielen ja kein CSGO. Echt jetzt? Hello again. Ich sag einfach Hello again. Du, ich möchte dich heute noch sehen. So, ich hab mal... Ist auf der anderen Seite auch noch was kaputt an Gebäude oder ist da alles reingeblieben? Alles, alles am Arsch. Alles am Arsch. Nö, auf der anderen Seite sieht es gut aus. Soll ich auch noch mal Spikes machen? Ähm, also ich hab jetzt, glaube ich, 102 produziert. Ja, mach ruhig auch noch mal 50. Also, Haus ist soweit schon mal. Alle Lücken sind gefüllt. Das habe ich schon mit den Kästen, die wir auf Vorrat hatten, komplett geschafft. Habe ich nichts bauen müssen. Aber wir brauchen natürlich jetzt auch noch Stein. Stein. Pflaster. Oder hast du schon? Ich hab alles in der Tasche. Sekund, 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 Sekund. So, Zement. Ah, nee, da muss ich Zement machen. Zement wird nur aus Stein gemacht. Warum kann ich kein Zement machen? Nee, das ist in der Schmiede gemacht. Ach so. Ich hab mal 2.000 Zement in die Produktion gesetzt. Ich seh, wir haben hier noch Zement gehabt. Also sind schon mal 500 Eisen wieder fertig, für die Spikes aufzuwerten. Ich hab's hier. Jo. Haben wir noch irgendwo Sand? Nee, wir haben keinen Sand mehr, ne? Dann nimm einfach Steine und mal sie zusammen. Ja, mach ich grad. Ja, danke, dass du mir auch tonmäßig das vorbeizufst. Ich auch. Danke. 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 Ah, die Stelle, wo das Gitter kaputt war, ist immer noch kaputt. Funktion läuft auf volle Touren. Äh, Frame, Holzblock. Gut. Und Leute. Ja. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ich habe kein Beton mehr. Du hast das so, Dirk. Der Bauplan Stahlrüstung. Er hat eine Stahlrüstung. Ich habe nur einen Bauplan dafür. Was bist du eigentlich, Schloffeler? So, Lehm und kleiner Stein. Okay. 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 total massenproduktion nicht so vorwurfsvoll an alle macht da nicht ganz dicht da muss ich ja noch ran dahinten die lücke füllen aber ich habe noch keine pflastersteine dafür ja hier ist noch ein platz frei ich wusste doch ich habe ich habe ein zombie gehört so hier ist ein kleiner gang alles klar rauzen haben wir auch schon ihre freunde besuch zum besuch alle ist gestorben das war eine grüne diese ausreden und ich muss doch auch noch mal wieder sterben ja matt ist das du das jetzt für jahre wusste ich ja schon hier werden wir gerade angegriffen hallo hier 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 da steht ein hund da steht ein hund auf dem fuhr das klingt wie ein sterbender hund das besorgt mal gleich falsch ja die folge auch mal beenden sehe ich gerade da war irgendwas aha gefunden ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 sorry ich würde ja gerne einen holzblock geben aber es hat ja meine ganzen genommen ich habe kein pflasterstein was da los in eisen wenn der schmelze habe ich alles zu bahn produziert ist auch besser für die verteidigung so sind noch mal 300 barren fertig falls jemand braucht ich bin jetzt gleich ganz froh mit der ersten seite okay ja haben wir ja kann man schon mal fleißig dann das wollte ich jetzt eigentlich noch nicht bekannt geben da fährt irgendjemand weg ich habe nicht so ein motorisiertes teil ja ich weiß nicht das klingt als ob jemand wegfahren du dreck zombie verpiss dich einfach kann sich auch sein dass jemand eine kettensäge genommen hat das würde ich jetzt auch nicht ausreden schön hat es herr moin man kennt ihn keine ausdauer mehr nein wir machen ja komm sagt dir nicht beschafft auch kommen mit reich langsam was war das haben wir kein boot also kann doch schwimmen davon abgesehen ob ich das kann es andere sachen ja das ist ein anderes thema zu gegebenermaßen aber theoretisch das muss ich alle ja du kannst nochmals bike setzen kommt falls noch welche brauche ich habe immer noch welche so weil mit den reparaturarbeiten bin ich jetzt fertig fickle fertig genau die neue leiter runter das gleiche wieder ins gebäude rein die restlichen kissen die kannst du ruhig wegnehmen und ich bin einmal rum mit dem eisenspike setzen wir kommen jetzt rein und du musst noch ein zweites mal rum wahrscheinlich ist das geht dann repariert das gibt die gitter die fehlten was meinst du geht doch weiß ich nicht ja doch nicht repariert hier fehlt noch eine schräge sehe ich gerade ich komme es war es bei gesetzten papa oder hast du schon ne du kannst ruhig ich habe noch nicht aber ich komme erst mal nach oben weil ich habe keine ahnung wie ich auf die mauer kommen soll sonst kein problem ich gehe da auch inzwischen ein bisschen auf nummer sicher so eisen ist jedenfalls genug da woher mit dem holz holz kannst du mir direkt geben hier gebe ich dir einfach fallen lassen also du nimmst quasi aus deinem äh wo immer du es hast im end wie und legst es zur seite genau dann kann ich das nehmen gibst du mir noch ein paar spikes ja ich gebe dir noch spikes hier spikes sind die letzten die ich habe gerade pflastersteine nach am produzieren Hi. Prost. Metzingen haben wir genug? Also ich glaube mit 500 Stück komme ich jetzt nochmal rum. Von was? Ja mit 500 Barren. Ah ok. Ich will hier nochmal ein paar Spikes rein, ich habe noch Spikes. Ja 500 kommt mir nicht ganz hin, wir haben noch 400 von jetzt. Warum? Hä? Ich stand auf diesem scheiß Flop drauf. Ich glaube Techtaline ist gestorben. Papa. Ich hasste dich. Wir lieben dich. Ich habe doch gar nicht damit angefangen, warum hast du mich jetzt? Du hast es mir ja gesagt. Das war eher auch mehr ein falscher Protest, weißt du so, warum hast du mich jetzt? Also normaler Bogen haben wir jetzt ein Level 3 Bogen und wir haben eine Compound Armbrust Level 4 in der Vorratskiste. Ich sterbe jetzt nicht. Aber fast. Woher kriege ich eigentlich Pfeile? Die kannst du produzieren. Wenn du quasi Tab drückst, hast du ja oben ein Feld wo du reinschreiben kannst und dann gibst du einfach Pfeil ein. Und dann hast du quasi alle Pfeile, die du machen kannst. Wenn du Pfeilspitzen brauchst, da haben wir jetzt momentan leider keine. Aber ich glaube wir haben noch Pfeilspitzen auf Vorrat. Ich guck gerade mal. Kann sich reingucken. Aber es sind noch Pfeilspitzen. Sind noch Pfeilspitzen da? Wie viele noch? Irgendwas über 100 waren da. Eisenpfeile sind noch jemand mit über 100. Eisenpfeile sind 73 und Stahlpfeile Spitzen sind 310. Für die Stahlpfeile müssen wir Dings haben. Kunststoff. Ich hab aber auch so scheiß Punkte. Ja, kannst ja mal gucken, was du gerne hättest an Eigenschaften und muss man sich so ein bisschen anlesen. Das ist ja genau meins. Ich mach nochmal 100 Pfeilspitzen. So, hab alles Pfeils gesetzt. Also sind jetzt nochmal 431 Baren sind gleich zur Verfügung. Die sind noch in Produktion, aber da kannst du es gleich bedienen, Dirk. Und du kannst Chips essen. Das sind die Chips vom Tanzen. Ach, du bist das. Du bist das. Ja, wer sonst? Wir haben 2 große Tüten, also eigentlich nur eine, aber es war noch übrig, deswegen 2. Große Typen Chips bei dem einen auf der Liebster bei dem Auftritt und bei dem anderen haben wir eine kleine Tüte gekriegt. Oder Gummibärchen. Aha. Hab nur schon. Dafür wird der Dirk auch tanzen gehen. Natürlich. Weil wir so gut getanzt haben, wenn Mattes. Das würde ich gerne mal sehen, wie der Dirk tanzt. Ich glaub mir den Würstwerk einstellen bei dir. Boah, ich hab jetzt einen Ohrwurm von Ann-Kathrin Musik. Mhm. Papa. Ich hab einen Ohrwurm von Ann-Kathrin Musik. Glaub ich. Lass die Pfeile in die Hand. Ja. Tanzt, 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 tanzt. Tanzt, 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 tanzt. Nimm die Pfeile in die Hand, dreht ich durch das ganze Land. Tanzt, 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 tanzt. Mhm. Ja, ich find's gut für den Menschen. Ja, Eisen ist alles verbraucht. Ich mach da schon mal ein paar Pfeilungspitzen. Der buddelt gerade. Ja, leider kann man ja Blei nicht buddeln. Blei fehlt. Ich kann ja gar nicht Blei buddeln. Wie, gibt's jetzt Blei als Rohstoff? Ja. Oh, cool, wusste ich nicht. Das war bisher nicht. Wir brauchen Blei, Massen an Blei. Wir haben vergessen den Film von mir zurückzugeben, Papa. Oh. Der liegt nämlich immer noch hier. Das ist gut. Da ist ne Schreie rück vor der Tür. Ui! Der hat sicher gute Laune. Ich bin gleich wieder ein Feuer ausgemacht. Der ist tot, genau an der Stelle. Ich muss in der Wüste, ich muss Sprit besorgen. Und zwar ohne, dass du mich gesehen hast. Ja, die ist in die Spitzen gelaufen. Nee, ich hab zwei Pfeile reingeschossen. So. So. Eisen. Eisen. Auch ein Diamanten habe ich auch noch. Sehr gut. All. Mattes. Wie dann Stecksteine, bisschen Sand. Ja. Wassersteine. Ja, genau rein. Ach so. Nitrat haben wir auch noch mal ein bisschen, ne? Ja. Also ein, ein Steck, ja ein Steck von diesem Schießboer können wir nochmal machen. Dafür reicht das auf jeden Fall noch. Haben wir noch hier oder was? Ja, da in der Küche. Ich hab gerade noch nicht gerade gefunden. Alles klar. Ja. Dann mach ich das auch so vor. Äh, reicht für zwei. Aber Schießboer haben wir eigentlich. Also daran scheinbar es nicht. Und mit den Diamanten kann ich meinen Bohrer endlich verstärken. Dann muss ich mir irgendwas dafür rausnehmen. Du hast Diamanten? Ja, und damit verstärkt er seinen Bohrer, verstehst du? Ja, mit einer Diamantenspitzklinge. Genau. Genau. Spitz. Klinge. Genau. Spitz. Klinge. Genau. Klinge. Ah, Spitz. Klinge. Weiß jetzt? Ach ja, stimmt, du brauchst ja ne 800. Ja, dann fahr ich gleich. Ja, dann fahr ich gleich. zur Wüste runter. Ich komm mit, dann kann ich dich werfen. Glaube nicht. Ja doch, kannst ruhig mitfahren, dann wird's schnell abgebaut. Nee, eben nicht. Ich krieg ja mehr Ressourcen raus. Weil man hat's ja gelevelt. Hat man? Hab ich. Ja. Du kriegst dann nämlich 100% mehr Erz raus. Ja, was muss ich denn dafür leveln, weil ich hab noch zwei Punkte. Oh. Ja, mit zwei Punkten kommst du bis dahin nicht hin. Okay, gut. Aber ich kann ja anfangen. Also? Besser nicht. Lern lieber mit ner Waffe umzugehen. Was? Hä? Hä? Bitte? Ja, Mathe, das möchte ich nicht mitnehmen. Ja, ja, dann fahr ich erst recht mit. Mach doch. Mir egal. Ich glaub, wenn dann irgendwie 10 Zombies kommt, dann lässt er mich sterben. Richtig. Haha. So oder so. So. Oh, ich muss die Folge endlich mal beenden. Also Leute, ich danke euch fürs Zusehen. Ja, wir sehen uns wieder morgen zur nächsten Folge von 7 Days to Die. Und denkt dran. Hashtag. 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 Fashion Line, bitte. Ja, bis dann. Tschüss. Nö. Hahaha.